Ja, liebe Freunde von Primetime Fitness, heute möchte ich euch aus dem Bereich Ausdauertraining das Rudern vorstellen. Ein wunderbares Trainingsgerät zum Aufwärmen, aber auch logischerweise zum Konditionstraining. Ideal, weil es wieder hier optimal die Bereiche Beine als auch obere Extremität oder Rücken-Schulterbereich trainiert und bewegt. Ist gleichzeitig auch ein bisschen komplexer von einer Ausführung. Ihr achtet immer darauf zum einen, dass die Kette parallel zum Boden bleibt, also wenn ihr die Kette oder das Ruder zum Körper zieht, dass die parallel zum Boden bleibt. Und von der Ausführung wird erstmal mit den Beinen gearbeitet, das heißt ihr streckt die Beine durch und dann erst führt ihr das Ruder zum Körper beziehungsweise zum Bauch. Umgekehrte Reihenfolge geht es dann zurück, die Arme ausstrecken, dann die Beine nach vorne führen, soweit, dass die Knie maximal gewinkelt sind und danach geht es wieder zurück. Erst die Beine, dann die Arme. Und wenn man das gut beherrscht, kann man da ein bisschen Zucht drauf bringen. Dann wird es ein wunderbarer Effekt für das Herz-Kreislauf-System, für den kompletten Körper. Das kann dann ein bisschen lauter, ein bisschen dynamischer werden. Macht viel Spaß und in 15 bis 20 Minuten hat man ein wunderbares Ausdauertraining.